Was denn? Nein, nicht du. Ich bin immer noch überladen, das gibt's doch gar nicht. Äh, Mio, brauchst du vielleicht ein paar Pfeile? Moment. Wieso folgt der dir eigentlich? Das weiß ich auch nicht, das wollte ich ja grad ändern, aber du bist ja dann weggeflogen. Ja, du Held. Und danach wird der mir dann wieder gefolgt. Naja, ich wüsste es nicht selber fliegen brauchen. Kann ich irgendjemand ein paar Pfeile abgeben? Äh, ja, ich glaub, ich könnte noch ein paar nehmen. Wieso fliegt der jetzt nicht? Bist du vielleicht überladen? Ne, nicht. Das steht dann beim Dino, ne? Da haben wir noch nicht viel drin, was ist das los? Da steht, ich komm nicht runter, äh, warte, ich komm mal hoch zu dir irgendwie. Oh nein, oh nein, ah, oh nein, ah. Das tut mir nichts gemacht. Nein, 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 jetzt hab ich mich hier dann doch. Ah, ah, oder? Geht das? Ah, ich komm da doch noch durch. Ah, komm, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du musst mich nicht überladen. Ne? Achso, da. Ja, fehlt, äh, nimmt auch das Gewicht auf dein Dino, dass du wiegst. Also das, das. Äh, äh, hinter dir. Da. Ja, das reicht schon. Was denn? Weiß ich nicht. Ja, eben runter. Also muss ich Kuchen hier lassen. Doch, hat gereicht. Also meiner, meiner hat, meiner hat auch nicht so viel mehr an Gewicht. Der hat jetzt, warte. 145. Kann der tragen. Was hab ich denn mitmachen? Was hab ich denn mitmachen? Momentar öffnen. Meine hart. Äh, wo war das? Ausdauer ist da, ne? Ne. Ey, Tragekraft. Gewicht. 133. Ja, das ist ja gar nicht jetzt so viel weniger. Ich hab 145. So, hier, fliehst du vor? Achso, fällt ja noch. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was ich alles hier lasse. Ich hab auch nix. Äh, äh, äh. Ja, ich habe nur noch Waffen dabei eigentlich. Mehr hab ich nicht dabei. Auch Kuhlen, äh, biegen. Ich hab keine Kohle. Kugeln. Ha, 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 ha. Den brauch ich auch nicht gerade. Ja, wenn du Kuhlen saßt. Hä? Kugeln hat er gesagt. Ja, aber sehr undeutlich. Ich hab's doch schon. Jo, komm. Naja. Tuch. Du sollst nur noch die Tür öffnen. Wärst noch voll abgespult, das war gar nicht mit Absicht. Nein, ich will keine Faser. Willst du kein Fleisch? Ne, Fasern. Nein, nein, ich meinte Fleisch. Achso. Ähm, doch, doch. Nur, ich war jetzt gerade mal in Fleisch für mich noch so ein bisschen am... am Sammeln. Ah, nix drin. Ja, äh. Ich hab... Ich... Ich... Warte. Ja, wobei ich gibt dir jetzt gleich lieber, sonst bist du gleich wieder belangen. Wo seid ihr denn jetzt da? Ja, wir... Wir raten hier noch vorne aus. Ja, ich bin da. Also Bio muss eigentlich wo auch fliegen. Ich weiß gar nicht, wo lang wir sind. Eigentlich nur hier drüber über den Hügel. Dann eigentlich nur die ganze Zeit gerade aus. Stimmt. Ich bin mal gespannt. Äh, wenn ihr Pause machen müsst, dann sagt Bescheid. Ähm, ja. Ähm, ja. Gleich. Ich geh jetzt hier auf diesem grünen, äh... Aha! Da lädt ihr einfach nach. Da gibt's ja gar nicht. Meiner geht jetzt sofort runter. Achso, ja. Du hast ja gesagt, stehen bleiben, nicht laufen, ne? Das glaube ich besser. No, 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 no. No, 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 no. Ein Rohstück Fleisch verbraucht... Und Flugi hat geschissen. Er verbraucht halt umso mehr, umso... ...mehr du halt an Ausdauer verbrauchst. Und ich fliege wieder? Okay. Ey, ich muss grad... Fliegen, oder was? Rasten. Achso, hä? Wenn ich sag dir... Ach, du bist unter... unter mir hier. Ach, hier, hier sind wir schon, ne? Ja, wir sind schon hier. Wir sind die weit weg. Äh, warte, in welchen Division? Richtung fliege ich noch mal um du sprichst aber rechts aus wir können den links rechts Sprecher feiert und so als kann ich mit der Hand schreibst der vier Prozent El das war voll gut erklärt ich werde nicht drauf gekommen ich bin aber links hin Prozent Nein bis nicht woher weißt du das denn wenn du eine Schwäche gehörst du ich habe aber ich nenne links rechts Schwäche nein das kann ja sein aber ich meinte jetzt wenn sie dann wissen mit welcher Hand du schreit wo muss man jetzt hin es muss ja die andere Hand an sein irgendeiner von uns hat immer was ich hab Farbschwäche also ist das normal seid ihr denn jetzt wie oben wo bist du denn? ne links 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 ich hab mich grad gesehen warte ich komm mal hoch da ist sicher wie war ein Ziel und gehen ja wie bekommt man eigentlich an das Eisen da dran das da oben das ist manchmal unerklärlich ich weiß es auch nicht die Zukunft aber hier ist auch noch viel doch und hier ist sogar ein richtiger Erz jedoch nicht doch nicht in der Nähe von der Höhle wird schon geladen Brugel 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 ich muss mal eben weil nur nicht raus weh ne ja ich versuche jetzt gerade mal eben höher zu kommen aber irgendwie so mal ein bisschen weg zu kommen hier so und habt ihr die Gamma Einstellung noch fünf so ne? da bist du schon so ja fünf oder sechs aber ich hab's ja auch fünf gemacht das reicht also fanden ich jetzt genug weil ja doch wenn du so weiter drin bist dann leuchtet dann noch mal ein bisschen das hat hier noch nicht neu geladen bei mir schon ja 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 also manche manche Grashalme sind da aber das war vorne viel viel mehr ich hab's hier alles dunkel ja hier hier war alles mal voll hier vorne ähm ja musst du warten muss ein bisschen vor der Reiterung reinkommen so jetzt noch mal ähm ach so wir müssen ja noch mal nach so ich nehme erst mal die Armbrust oder ist sie gew- doch Armbrust für den Anfang ist vielleicht besser die Waffe ist eigentlich besser ja aber erst mal für die einzelnen erst wenn es gefährlich wird will ich die ja falls die Armbrust kaputt geht hol ich nochmal draußen Holz für den Bogen wir brauchen ja noch Holz und oh Gott ja ja die sind wieder da das ist direkt ein tausend Füßler hatten wir den vorher schon ja oh Gott irgendjemand ist getroffen ich nicht der hat an mir vorher geschossen der ist tot ich hab jetzt keine Axt mit der Stein hat nicht nachgeladen ich glaub auch noch nicht alle Viecher ich hör irgendwas oh da ist noch was Torpion Torpion 1 Kroch Torpion die sich hauert ey oh nein der hat mich ja rief also wenn ich gleich wieder liege dann äh Item Speicher wo ist das denn Ups ich hab geschissen ahaha eigentlich müsste ich noch mal ne Video abmachen warum weil ich keine Charakter äh keine Item Beschreibung mehr sehe echt ja dann macht er ja im Vlog dann stellen wir uns eben draußen ein bisschen hin ja ähm ja da sind noch mal drei Pfeile die nehme ich mit warte ich nehm aber äh äh warum bist du denn jetzt hier schon raus egal die tun mir eh nix der ne äh wie kann man dein Viech mitnehmen ausheben da hast du das jetzt gerade gemacht ja hier ich war den gerade am skillen aber egal ich ziehe im Bio-Mein mit raus ach das Viech äh geht dann runter von der Schulter ja ja ich hab das schon wieder voll vergessen dass ich das hab ich hab die verloren ach ne du bist wieder da steh ich schon wieder äh wie kann man den jetzt werfen also runter mit eh glaub ich oder ich hoffe dass das ein Vlog jetzt getan hat warum liegst du denn jetzt schon wieder schlafen äh Verbindung zum Server verloren äh ich starte einfach mal die ganze klären na ich zieh dich eben trotzdem immer mal mit raus zieh dir immer mit raus komisches Ding hier er hat aber ne Axt in der Hand ja hä hä in ne Axt ah ok ich hatte aber grad noch die Armbrust ah ne gar nicht wahr hatte ich gar nicht ne er hatte doch die Ziele können so hier vorne hat man mal liegen lassen hier vorne lassen wir ihn einfach liegen so ich sammle mal na ich will keine Steine ich wollte eigentlich Bieren sammeln oh äh stimmt da war das ja mit den Pfeilen und ich wette die Feli läuft da jetzt gleich rein und nö ich bin jetzt viel weiter weg als du du bist ja dann hier du bist ja dann hier bin hier schön am stehen also na du kannst da gar nicht reinlaufen und ich lach mich so kaputt wenn du gleich voll auf ne Falle trittst ich glaub da sind drei Platten ja ich seh sie gerade ich lauf dazwischen sind auch nicht tödlich die Fallen aber das ist halt nur tödlich wenn du wegläufst und du wirst davon getroffen wegläufst? ja wenn du vor den Viechern wegläufst das ist auch möglich passiert mir war es dieser tausend Füßler hinterher da wusste ich das ja noch mit der Gamma Einstellung nicht was so mich hat aufgetreten und dann war ich ohnmächtig ja ich glaube es ist auch schwieriger aber für YouTube müssen was ja sowieso ein bisschen heller machen ey das ist aber auch das ist auch mega dunkel echt dunkel ja ich finde das ist sehr dunkel eingestellt also in der Höhle siehst du dann gar nichts wirklich gar nichts äh so wie muss man da da ja ich seh auch wieder was und wie kann ich dir dein Viech wiedergeben äh zweimal F drücken F? ja zweimal F drücken ach warte den kann ich mit meinem Skill ja das wollte ich eigentlich gemacht haben ach so aber die Feli hatte den einfach weggenommen dann aber auf Nahkampf hast du den ne? hä? ich seh keine items mehr hä? ich seh die description nicht mehr von denen ok das ist scheiße kommst du trotzdem klar? ja ja muss jetzt nichts so weltbewegendes ich hätte nur gerne gewusst was ich da aufgehoben hab irgendwas schriftrolletes weiß ich nicht ach so hier war irgendwas grade am kreuchen am fleuchen rechts glaub ich irgendwo war noch was da hinten ist noch ein tausend Fiesler hm und ne Schlange glaub ich ja ich hab irgendwer getroffen vorsichtig kommt was oh und davon zwei Schlangen oh zwei Schlangen denn und der tausend Fiesler hey das ist doch schön warum wird in der dunkle ach so weil ich in einem Höhlen einer bin oder wer ist denn da getroffen worden? ich ich weiß ich hätte gleich wahrscheinlich umkippen ich auch hä? wo ist denn der Viech jetzt hin? ach so ja aua ey Misty aber ich kippe gleich auch um der macht das nicht der kommt ja schon da geht auch wieder ich wollte ihn mir auch grade holen aber ich dachte der tausend Fiesler ist vielleicht interessanter ne der ist gerade abgehauen ja ja aber ich hab wieder den Sound dafür ja der ist da hinten aber ich trau dem irgendwie nicht ich weiß auch nicht was der grad vor hat ehrlich gesagt aber irgendwie sind die Schlangen schon cool auf eine Art und Weise ich hab wieder dieses äh sollen wir das zu den Viechern bringen oder sollen wir drauf geschissen jetzt ach das ist egal das ist jetzt egal da kam nicht der Leute der ist ja der ist durch die Spinnnetze da durch oder nee ist ein Spinn oder so schon oder mehrere Alter oh äh bewegt sich langsamer natürlich ja klar von hinten wo kommt die denn jetzt her jo da kommt auch noch die tausend ah ich ich habe da nachladen ne die Spinnen sind nicht stark im Nahkampf nur die sind äh aber ich sehe vor allem nix mehr dieses blöde Spinnen oh äh leiser werden die Fräger gleich keine Kugel mehr doch greff ja der ist aber schwer zu kriegen irgendwie ne ja der haut weil der die ganze Zeit abhaut deswegen ja auch mit der Pistole weil das nachladen damit der Armbrust dauert zu lang ich gehe jetzt mal eben auf Knarre wenn der jetzt um die Ecke kommt ist also der hinten irgendwie fest tot na jetzt ich habe ich habe einen Pfeil von hinten in den Kopf geschossen ne das kann nicht sein ich habe jetzt gerade erst wieder gewechselt ich habe einen Pfeil von also ja der kam mir doch mal nach vorne dann war ich jetzt vielleicht aus Versehen ich habe einen Pfeil im Kopf ich sehe den in dem Bildschirm ja dann hatte ich gerade voll in der Brust das so eine Pfeilspitze sehe ich von das ist lustig ja das macht mir auch nichts also schadet der nicht oh Beteilungsfeile nehme ich mal mit Bären nehme ich mal mit normale Pfeile nehme ich mal mit oh nochmal einen Bogen nehme ich auch mal mit noch mehr Pfeile noch mehr Pfeile achso hast du auch? ne ich habe die nicht aufkommen achso ich habe nur reingeguckt ich bin interessiert ich bin neugierig so ne alle gelaufen oh da zwei Schlangen ich habe keine getroffen ne ich auch nicht das ist gut einheimischen Schädel 142 142 fängt wieder fest hier na das ist echt drei Schlangen ich gehe mal auf Knarre oh die lebt ja noch ups ich dachte wieder tot ah ungefähr alter puh ach da ist ja noch einer der Schädel warum treffe ich nie ich auch nicht weil die sich windet du wurdest betäubt ja ich auch ähm gift eines keine ahnung was er hat äh das 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 der Bohr ist das äh wer möchte noch hier den 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 Bogen mitnehmen da ist noch ein Bogen drin da ist noch ein Bogen drin Faye ich nehm den mit ja warte ich hab auch schon einen den standard normalen ich mein ich hab noch einen auch noch dabei aber man weiß ja nie krebs sagen da drohe Fleisch hier das ist mir zu viel da kannst du ja noch nicht mal essen das ist das blöde ja ja und außerdem kriegste eh noch 300 Stück von da waren viele Spinnen vorhin ne ja und man saßen nicht wo bist'n du achso da kommen welche ach ich hab irgendwas gekillt ja eine von den Spinnen ist tot und da ist noch eine tot oh ich hab gegen den Arsch geschossen au ach wie teuer sind die Füßler pass auf der macht im Nahkampf richtig viel Schaden ja deswegen wenn ich immer nach hinten erst oh gott fehl du Stein das noch was irgendjemand ist schon nackig wieder ok ich glaube ich auch oh ich bin gut getroffen alter ich häng fest muss mal eben in eine Runde rennen alter ach ich sehe nicht was ich zum reparieren brauche dann stört mich eh für dann was hast du denn für eine Leder achso teilweise äh Mist ja ich hab die kreativen da brauchst du wahrscheinlich dort Werkbank generell dafür ich glaub ich brauch Fasern dafür auch Fasern hab ich jetzt gerade gar keine mehr die hab ich vorhin weggeschmissen ich hab ein bisschen Leder hab ich hier 65 ja Leder hab ich auch noch soll man ihn draußen sammeln oder warte hier vorne ist ja noch da wo boss available immer steht achso bin ich jetzt da gibt's ja Fasern stimmt eh auf nackt nacky die du brauchst achso du brauchst dieses Schettin ne ja und die Werkbank ich hab achso und die Werkbank alles klar dann bringen wir jetzt Schettin generell nix ah ja genau Fasern Not kannst du dir ja auch immer die Dinger hier herstellen Lederrüstung dafür brauchst du ja echt Fasern stimmt ich hab auch noch Fasern 41 Stück ja bräuchte ich aber Leder um die herzustellen oder Leder hast du doch auch oder oder eh das hier wird gewinnt soll ich ihm droppen hier ja ich kann doch nix sammeln weil ich konnte doch nicht äh hier bitte ich hab dich zugeschmissen mit irgendwas was ist jetzt die Frage ledern ohne Dings wo hab ich denn die Lederrüstung so erstmal ok irgendwas anderes brauche ich auch noch für die Lederrüstung aber ich seh nicht ähm schmeiß mal wo bist du ich weiß mal irgendwas raus dann kann ich nachkommen ich kann ich die Lederrüstung gewesen war man Schettinhirn er versucht man Schettinhirn zu reparieren oh ich konnte nicht mehr muss erinnern was denn wohl hier ist achso ne das ne gar nicht war das ein Bären hier hinterlegt ne auch Bären ne auch Bären was gerade war Reihungsgeschmissen aber war auch immer weg so ich hab Bären rausgeschmissen achso Entschuldigung macht nicht richtig ich dachte brauchst du noch Lederfehler oder was ja ich kann keine Schuhe ich will hier noch ne Schlange herstellen was weiß keine ganz sicher stellen die Schuhe und die irgendwo liegt hier ich hab Sachen hingeschmissen hier genau vor dir genau vor dir ja aber das hat nicht gereicht achso weil äh ich hab hier irgendwo noch eine Schlange gerade das reicht jetzt gerade ne ich hab das ich hab das ich hab da schon gehört achso da haben wir äh oh du spinne das Leder sieht voll dämlich aus wir schicken wir schicken achso da bringt ihr ja nächste seid ihr weiter nach unten ja ja na gut wollen wir hier jetzt nochmal gucken ach ne bringt der uns ja nächste ne mit dem Artefakt ne da müssen wir wahrscheinlich wirklich von oben außerdem da seh ich schon wieder ne Schlange ne 1000 Füß ne ja direkt am Artefakt gedöhnt siehst du das ja ich glaub schon ja ich glaub weil von oben da ist noch so ne Lücke ich hab ihn ich hab ihn angeteasert Vorsicht die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen ah schon wieder alles kaputt der macht mit einem Schuss macht der alle meine Rüchte ja egal was du anhörst ja oh Faye ist läuft nur vor die Flinze ne das Problem ist sich meine Lederstiefel sind gerade kaputt gegangen ja meine Sache selbst der macht nur einen Schlag und alles geht kaputt übertrieben mhm overpowered was heißt overpowered ähm ne overpowered nicht der macht ja dafür so keinen Schaden aber das ist schon außerdem außerdem ähm guck mal wie viel du Schettinen von dem und so weiter kriegst äh oh meine meine Stiefel sind kaputt gegangen jetzt brauche ich die Faser und Leder was aber ne die krieg ich ja eh nicht hier repariert so hat hier jemand gedroppt ja so gammelfleisch 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 immer nützliches zeug hier hast du nochmal fleisch nochmal kommen fleisch also da wollten wir jetzt nicht mehr hin ne 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 das glaube ich nicht außer dass dann jedes Mal die Rüstung jetzt ist die Frage gehen wir rechts rum oder oh da sind eh spinnen ne Skorpion ist das hä hä wo sind wir hin hä der ist doch gerade auch abgehoben oder ja hashtag abgehoben an du wo bist du ich stehe hier alle ja aber aber ich treffe sie nicht die ist nicht mehr da ich habe die gerade einmal ganz kurz gesehen ich weiß nicht was ist was die schlangen skorpion unten waren schlangen und viele schlangen ja ich denke mir ist das egal eigentlich wo lang wollte nur schon mal so ein bisschen säuber damit die nicht uns in den rücken fallen wieder wahrscheinlich werden sie gleich trotzdem tun ja da hast du recht ich gehe mal gucken wo ist denn da was achten schlange kommt eine zwei sind da ne ja eine habe ich gekillt weit ist auch tot ich habe auch einen fall im kopf irgendwie ja ich habe einen in einer seite mal wieder die kanal aber noch ein da war noch irgendwo eine eine habe ich gekillt das waren aber dreimal nicht weil liegen hier da erst mal dann wie mir jetzt weiße ich glaube ich bin schön am luchen von hier aus kommst du bestimmt auch zu dem artefakt was sie ist gestript hier das geht mir ja ich gebe dir ein bisschen rückendeckung da kommt was was ist das ach so ich hänge fest nein oh ja ich hänge fest ich hänge super fest er macht dir keinen schaden er macht nur äh betäubung wenn überhaupt aber ich hänge auch fest ja du hängst genau genau da wo du aufweich gehangen hast ja ich komme hier nicht raus dann kommt mit dem schwert hier ihr Mistviecher komm her was hast du davon weil die Feli blockiert eine auch echt ne ich war ja nicht weiter hinten ne das ist aber gerade du hast mich blockiert ne ausnahmsweise muss ich sagen das ist hier in die ecke aber mich hat er so jetzt gerade blockiert ne ich war ja hier hinten ja du hast mich ja gerade blockiert ja wie der nicht hier hinten war ähm ja ich geb jetzt erstmal um oh ja so oft wenn der Skorpion nicht so oft sticht dann ähm ich bin schon mal hier wieder am sammeln einfach am flick machen das gute mit der Flackrüstung die du anhast der macht ja keinen schaden der macht wenn überhaupt die betäubung ja und natürlich die Rüstung kaputt nach einer Zeit das ist genau na gut du hast aber nicht mehr viel Rüstung ne ich nicht ich hab auch nur Lederrüstung du wirst die Flackrüstung haben ach so ja viel hab ich aber auch nicht mehr glaub ich oder ne ich hab nur Füße verloren eigentlich ja das andere ist aber auch schon derbe runter alter 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 ja das ist diese Säure von diesem 1000 Füßler mhm die haut sie rein ich hör irgendwo ein Viech aber ich seh keins ich geh mal auf Knarre aber hier in die Richtung fisst du bestimmt hol find einfach mal die Klappe ich sag gerade halt die Klappe ich hör wat irgendwann habe ich glaube ich gezogen ja da kommt was eben habe ich halt was gesehen an schrift da ist ein schlager tausend füchler schick lage luck wo sind wir hin wo ich noch mal reingehen und was kommt jetzt kommt es was hast du ach so die armbuss getroffen der kommt mir hier oder jetzt achtung nein ich muss nachladen gibt es ja nicht er kreucht eh noch darum ich mache das jetzt hier weg erstmal strüppel er geht mir das doch so ein aber nicht den käfer töten der tut einem nichts ich wollte nicht treffen wenn er so ich mein wenn den schon töten aber ich ich stehe nicht im weg ne fehl ne ich stand vorhin nicht im weg der jetzt gerade die ganze warum komm ich denn nicht rüber da was da fieh ich denn ich keine ahnung der ist auf einmal weg ich war gerade fast drinnen aber ich hab's gezogen oh da sind zwei alter hat mir gerade alles zerlegt auf jeden fall hörte sich das so an hat mich direkt alles zerlegt warum auch immer das ist das gift ja aber die haben mich nicht mal getroffen die spucken also ich weiß nicht ob du ja ja aber die haben die haben mich gar nicht getroffen okay die waren ja fey ich war ja ganz woanders einer läuft hier noch anders in die wand gekochen was gut und cool dass dies können aber es wäre schön da ist ja die gehen immer zurück in die schlucht irgendwie macht er gar keinen schaden da ist also tun ein ich sehe gar nichts das ist nämlich gerade einmal mit marken weil diese käfer hinter mir ich hoffe ja ja das ist mir der käfer der ne ne der gerade so komisches geräusch gemacht hat achso hinten ist nix kriegt die blöden dinger ja nicht weg ne manche sachen kriegst du einfach nicht weg da ist ja weiter geht wie ich so aus glaubet auch nicht von vorsprung aber da ist auch nix ne 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 hier ist einfach nix aber guck mal da oben sind noch vorsprünge wenn du hoch guckst ja ja vielleicht links weiter ich weiß ganz kurz das futtern oh ja und zwar dursten auch gleich ja genau die bärchen ich bin nackig achso warte mal ihr habt ja euch achso hm 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 und hm hm ja hm hm leder kann ich dir noch geben und ich hab glaube ich auch noch eine seite denn ach so ihr seid noch hier drin ich stehe hier noch ich stehe hier links ging es glaube ich auch noch weiter ich weiß nicht ja weiß ich nicht kann auch sein dass er jetzt eine sackkasse kommt oder denn man kann das hier weg machen versuchen wir jetzt ein symbol da alter wand ja ich schmeißte ja auch 24 leder hin kommen nicht so nah sonst fliegt ja soweit ballnassen da hallo schöne frau und macht mich doch nur an weil ich nackt bin naja fast das wird keiner sehen einmal herstellen ok wenigstens so oberteil kriege ich hingehe und handschuhe so für mehr hat es leider nicht gereicht na gut dann müssen wir da durch die toten ich habe keine buchse das war schlecht ich denke das kam auf einmal auf welche von oben ich höre irgendwas ja ich häng aber auch fest du hast du getötet ich häng fest im toten und scheiß ich weiß was ich wo sind wir hin irgendjemand hat den direkt schon aufgebaut oh sorry ist ja egal da noch eine spinner ja aber ich muss nachladen ja ein schuss ich tötet ihr noch ich bin hat ein glückspitz ich höre schon wieder was aber ich sehe nix blöden toten hier ne ah ich sehe ein skorpion da du raps von den toten hängen das ist ey ne ah er kommt wieder warum treppchen den nicht alter der sich wieso alpha wandel manchmal ja hab ich auch ich wenn er gegen die netze kommst ne mhm das muss ja schon fast näher dran no down war aber ich hab aber ich hab irgendwie Musik noch ich frag mich mal vor vielleicht ziehe ich noch was ja das hört sich so an auf jeden fall wasser wasser ist gut eigentlich das sind die Dinge man die abbauen können und da geht's aber ja ich glaub schon nebelig Obsidian ist das cool aber ist da fast nix ist das voll schlimm was ist die blume x hier ne ja die ganze mit e ja aber das brauchst du eigentlich nicht mehr wir haben so viele Namen davon sonst ist da nix außer nebel wo wo neck wir gucken doch gerade hier im wasser alter wie viele die ernten ist eh ja krampf im finger jetzt mal sehen soll natürlich den t-rex gibt's im tont und den ankylern gleichzeitig hin und her war schlecht gerannt ne ja das war so ätzend weiß auch nicht warum ich mir das angetan hab ich glaub ein level ab ähm ich glaub das war's ich glaub das war's Ausprung vielleicht müssen wir von oben vielleicht ist da noch ein Höllen Eingang nur was wir auf fliegen trinken kann man eh nicht weil wir sind ja nur auf einer Stufe wenn du siehst das ist ja bis ganz ganz oben ja könnte auch sein vielleicht gibt's mehrere Eingänge könnte man mal gucken Broodmother Arena ich glaub das hier ist das Was denn? Wo bist du? Hilfe! Wer steht hier noch? Geh hier noch Wohle? Ne die Map sagt dir ja sowieso nix ne? Kling fest Map und du hängst hier an vielen Sachen fest das ist mir vorhin schon aufgefallen Naja das ist sehr ein bisschen sehr verbuggt verbuggt die die Collies sind sehr hoch gezogen äh wat 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 ist mit Blut äh und Arena so ich glaub da musst du erstmal Sachen hier opfern dann ich auch nicht wie ach so die Map sagt leider gar nichts wo man hier ist ne? ne ja das fehlt noch so ein bisschen hast du irgendwo noch bis hier und da ich weiß nicht gibt es gute gute Mods äh in den Karten Dings bestimmte ne? weil ich bin ja GPS müssen wir auch eigentlich mal irgendwann mal machen da gibt es aber bestimmt äh mods dazu oder? Seid die sind jetzt Verbesserte wieder zurück hier ist ja nix mehr was ist da oben oder was? guck mal da oben ne hoch guck's alter alter ah alter da musst du die da muss hier so Items geben ach so da muss ja erstmal Level 70 für sein also ob das wo sie sind das jetzt gerade? also ich guck grad hier im wiki ach so jetzt hab ich kein boss mehr ah jetzt ist noch wieder ein oh was ist das? ja gut das ist nicht schlecht also was was die droppen können ist könnte man gebrauchen ja das sind so Tech Sachen genau ja das nennt sich Tech die droppenwollte Tech Sachen okay und so ne Ressource die heißt wohl äh element ja also muss er das Level 70 haben Peter easy Level 70 so die easy mhm ja ja easy Level 70